Und es ist wieder soweit, Leute! Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Magic Awakened! Mit mir, dem DagiLP. Hallo, ey, Treppe, ich will da gar nicht hin! Äh, ja, wir sind hier, wie ihr sehen könnt, im großen Treppenhaus und heute... Äh, Mädel, du stehst da relativ... bescheiden, weißt du? Das ist etwas gefähr... die steht halt... Joa, alles klar, liebe Akio Gerweo. Äh, Gerweo, oder wie das auch ausgesprochen wird, du lebst anscheinend nicht so gerne. Ja, wir werden uns heute um die Haupt-Haupt-Story kümmern, Leute! Denn ein Blick auf die Aufgabenliste verrät uns, wir sind jetzt bei Kapitel 6 angekommen. Und Gott sei Dank habe ich damals bei den römischen Zahlen in der Schule aufgepasst. Yay! Ähm, nachdem sie das Geheimnis des Porträts gelöst hat, ist Lottie einem Schmetterling in einen Spiegel gefolgt. Das klingt sehr weird bis dato. Wo ist sie hin? Wieso können wir in... wieso können wir nicht auch in diesen Spiegel hinein gelangen? Können wir nicht? Das war mir neu. Das war ein Spoiler. Okay, Leute, dann ab dafür. Ich bin sehr gespannt, was es mit dieser Aufgabe auf sich hat. Und warum Lottie da rein konnte und ich nicht, weil das war ein neuer Geheimgang und den finde ich eigentlich cool. Und wird das jetzt hier mal was? Achso, ja, schön. Okay. So, Leute. Ich weiß das, Hill. Unsere Familie hat eine Kirche wir besitzen in der Sommer, als ich klein war. Das war ein Spiegel. Ich bin ein Schmutz. Das war das Schmutz. Und wir spielen in dieser Schmutz. Das war ein Schmutz. Und wir spielen in dieser Schlange. Mein Vater ist eine Butterfliege. Sind wir sicher, dass es nicht ein Trapp ist? Nicht alles ist ein Trapp, Daniel. Ich habe noch nie gesehen, wie das. Ist das das magische Artefakt, das wir schauen haben? Hm, es ist nicht eine Jewel, es ist ein Vial. Mit einem der purest, blöchsten, rüchsten Lüge, die ich nie gesehen habe. Was ist Lottie? Does anyone else notice something strange? That mirror isn't a mirror. Why is Lottie reflected and no one else? You're right, it isn't a mirror at all. I can reach right through it. Lottie, look out! Oh nein, wir müssen uns gegen diesen dunklen Magier beweisen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Spiegel eventuell wirklich so was wie der Durchgang in der Mysteriumsabteilung ist. So, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Jetzt müssen wir erstmal hier kurz den Gegner besiegen, was natürlich mal wieder absolut einfach ist. Weil wir natürlich mittlerweile schon echt unglaublich krass im Zaubern sind und oh mein Gott, der zieht mir hart viel Leben ab. Das ist nicht so gut. So, jetzt packen wir dir noch einmal eine Wasserkugel. Eine auf Dumbledore machen. Und dann hat der Dude das Zeitliche gesegnet. Bang! Easy, Leute. Ich habe mir ganz schön Zeit gelassen. Wieso kann der Zauberer da durchlaufen, aber wir nicht? Die Kunstkammer. Wer bist du? Du kannst mich bei meiner anderen Form erinnern. Bei dem alten Fühlseite. Boah, ist der hässlich. Liech! Du bist ein Animagus? Ich muss mich an den Wunderschönen, so lange nachher schlafen. Ich habe das eine Wunderschöne. Ich habe das ein Wunderschöne. Ich habe das ein Wunderschöne. Aber wenn ich herausgekommen, was wir die Wunderschöne, ich konnte nicht sein, ich konnte ihn nicht lassen. Du hast den Kontrollen, Professor Gorski? Ja, er hat seine Metalle verloren. Er war nicht bereit, was er getan hat, um den Artifakt zu finden. Und jetzt, all I need, ist die Schlüssel. Wir haben nie gefunden, die Schlüssel. Oh nein. Du verstehst nicht. Du bist die Schlüssel. Ich verstehe. Es gibt die Entdeckung. Wie könnte eine schwachwische Witch sein, die zu so einen starken Artifakt zu sein? Und hier bist du, eine Witch zu klein, um zu verstehen, was sie unlocks. Zu weib für ihre Familie zu schützen. Dein Vater zumindest hat eine Kampf. Du kennst meinen Vater? Er war mehr resilient als ich erwähnt. Er hat ihn geflogelt. Er hat ihn geflogelt. Er hat ihn geflogelt. Oh mein Gott. Stand back! She's trapped! What are we gonna do? Tally ho, children! I got here as fast as I could. It's quite extraordinary, this vast undiscovered countryside within our walls. Lottie's trapped inside the mirror, or whatever that is. Yes, I've heard. A little butterfly told me. I followed him to this passage. Lottie's the only one who is reflected in the mirror, and she's the only one who could pass through it. She's holding something. Is that... the artifact? Indeed it is. A family heirloom. And that family just happens to be Lottie's. That's why she was able to open the passage and use the mirror. I assume anything that was in contact with her at the time would also pass through. I'm not quite sure. But the butterfly did leave me this clue. Family doesn't always run red. Of course. Your family can be anyone. It doesn't have to run red or be just in your bloodline. I should know. Alohomora! Go on. Open it. I can't. No. No. This is impossible. You are the key. Not another move. Unless you want the girl to meet the same fate as her father. Professor Gorski gave you up. The Ministry is on its way. Are they, boy? The curse I put on Gorski means he can't even speak my name. No one is coming to save you. Stop it! I know how to open the box. It's paint. The key is to paint the right symbol on the box. After years of searching... It's mine! Expelliarmus! My magic is no match for a bunch of children. Hat er gerade gesagt, meine Magie ist einem Haufen Kinder nicht gewachsen? Oder habe ich mich gerade verlesen? Lost? Zaubert der gerade? Awadaki darf auf mich? Bruder, entspann dich mal ein bisschen. Hier, Lottie. Ich wiederbelebe dich kurz. So. Jetzt sind wir zu viert. Das wird easy. Was schickt der denn da für mich? Das sind Veris oder was soll das sein? So. Jetzt kriegt er erstmal ordentlich Schaden. Oh nein, 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 nein. Okay, der Drache wurde nicht erwischt. Nippler. So. Leute, kein Problem. Wir regeln das. 4 gegen 1. Das sollte ja nicht das allergrößte Problem darstellen. Hä? Diese Beschwörung. Schnell. Was auch immer da stand. So schnell kann ich auch nicht lesen. Spiel. Meine Güte. Aber wir müssen in den Schild rein. Komm schon. Reicht sie down? So, Hermine. Wir beenden das Ganze. So, wir haben es geschafft. Sehr schön, Leute. Ich könnte jetzt behaupten, das wäre eine Herausforderung gewesen, aber es wäre gelobt. Was ist denn das für ein Zauberstab? Was ist denn das für ein Zauberstab? Hör aus, die Maus. Hör aus, die Maus. Wie... ...could this... ...happen? All the pain you caused. Everything you took. My family. My father. Bring ihn um. You see only power and can't imagine a world where magic is used for anything but yourself. You don't deserve to paint the world in your darkness any longer. Lottie, no! Lottie, no! Hä? It's not a wand. It's a brush. Wow. Oh mein Gott. Wow. Wow. Ehrlich. Wow. Es ist einfach ein Pinsel, Leute. Ich bin sprachlos, ey. Was ein Müll. Ehrlich. 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 Hallo, Ivy. Nicht du. Eine neue Karte für mein Dex. Oder ihr Vater. Ehrlich. Hallo, Lottie. Bly war nicht der einzige, der sich die Form verändern konnte. Ich bin auch ein Animagus. Aber alles, was ein Ply war. Da war ich. Ich musste meine Präsenz in Porträten im secret. für es würde es auf Bly und pute dich in gefährlich. Don't leave wieder. Ich habe so viel zu sagen. Every time du schildst, ich werde da. Especially mit der Familie. Ich kann die Familie halten? Natürlich. Es ist mein Gift für dich. Es ist eine Turner-Familie Tradition. Nur die die größte, die entscheidenden und imaginative in der Familie finden. Das ist das wichtigste Teil der Herausforderung. Um Hilfe zu fragen und nicht mit Tränschen zu fragen. Die Brücke ist nur auf die, die die Turner-Familie zu anderen können. Durch ihre Kunst, Kindheit und Freundschaft. Es hat große Kraft. Deinem. Das ist voll cute und traurig zugleich. Danke, Vater. Das war irgendwie voll sad. Oh Mann. Egal, wir haben eine Belohnung bekommen. Und Erinnerung schaffen zwei. Nice. Ich frage mich gerade, wo wir sind. Wir holen uns natürlich jetzt erstmal unsere wohlverdiente Belohnung ab 500 Münzen und einen goldenen Schlüssel. Ahoi. Und dann haben wir hier noch. Ne, warte. Ich will nicht auf los drücken. Ah, hier haben wir noch irgendwas, was wir bekommen. Eine legendäre Freikarte. Was ist es? Was ist es? Komm schon, sei was cooles. Ah, der Donnervogel. Naja. Naja. Ich weiß nicht. Hätte mir andere Karten eher gewünscht. Aber was soll's. Weiß auch gar nicht, ob ich den vielleicht sogar nochmal ein Level höher bringen kann. Mh, müssen wir gleich mal gucken. Donnersturm. Achso, das ist dieser Donnervogel. Es gibt zwei Donnervögel, Leute. Der eine macht so ein Schild und der macht... Ach doch, der ist cool. Nevermind, Leute. Okay, ich nehme alles zurück. Der ist ja sogar in meinem Deck. Ich Idiot. Okay. Ja, nee. Das ist cool. Leider nur eine Karte. Aber hey, besser als keine Karte. Genau. Ja, Leute. Dann sind wir jetzt tatsächlich im allerletzten Kapitel von Jahr 2. Es sind quasi nur noch diese Aufgaben hier. Und dann haben wir auch das zweite Schuljahr in Magic Awakened abgeschlossen. Dadurch, dass nach aktuellem Stand es nur drei Schuljahre gibt, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange gehen. Ich frag mich, ob es halt weitergeführt wird. Aber das ist jetzt noch nicht Thema. Das werden wir dann in Zukunft sehen. Ich denke schon, dass die Jahre 4, 5 und 6 und 7 auch noch thematisiert werden. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und auch gerne ein Abo auf meinem Logo. In diesem Sinne einen schönen Tag euch allen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschau, Leute. Tschau, Töter. Kriste